Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Ernst, wir haben ja in dem Gesetz bewusst es so formuliert, dass nicht die Partei Die Linke die Löhne festlegt in Deutschland, sondern wir haben uns die letzten Jahrzehnte angesehen und haben gesehen, dass wir Tarifpartner haben in Deutschland. Deswegen gibt es eine Tarifmindestlohnkommission, die Löhne festlegt. Und ich glaube, das hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD richtig gemacht, dass nicht Die Linke, sondern die Tarifpartner in Deutschland Mindestlohnkommissionen festlegt. Herr Ernst, mir geht es eigentlich um einen anderen Punkt. Es ist ganz interessant, wenn man Ihren Antrag liest. Sie sprechen davon, dass die Wirtschaft, dass der Mittelstand in Deutschland den Mindestlohn insofern kritisiert, dass er die hohe Bürokratie anprangt. Und ich habe mir mal die Umfragen angesehen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Es stimmt, es stimmt wirklich, zu 60 bis 70 Prozent der Betriebe in Deutschland sagen, da ist zu viel Bürokratie. Aber interessant ist, Herr Ernst, die Schlussfolgerung, die Sie dann ziehen in Ihrem Antrag, ich zitiere das einfach mal, die Behauptung einer vermeintlich überbordenden Bürokratie hat einzig den Zweck, den Mindestlohn zu unterlaufen. Damit unterstellen Sie diesen 60 bis 70 Prozent Mittelständlern in Deutschland, wie bei der Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer mitgemacht haben, dass Sie deshalb die Bürokratie ansprechen, um den Mindestlohn auszuhebeln. Sie stellen einfach mal eben die Mittelständler in Deutschland unter Generalverdacht und sorgen dafür, dass es eine Kultur des Misstrauens gibt. Und dafür muss es keinen Platz geben in Deutschland. Da müssen wir aufpassen. Und das kritisiere ich an Ihrem Antrag. Und ich sage mal, die Frage ist ja, wenn ich so etwas lese, was denken Sie eigentlich über Unternehmer in Deutschland oder über den ganz normalen Mittelständler? Ich kann jetzt in Ihrem Kopf nie schauen. Ein Glück, ein Glück. Aber ich habe viele Mittelständler in Deutschland besucht. Das sind Familienunternehmen. Gott sei Dank. Das sind Familienunternehmen, die sind in Deutschland flächenmäßig unterwegs, auch im ländlichen Raum. Die kennen ihre Mitarbeiter persönlich. Die haben nicht nur ein Wohl am Unternehmen, an der Zukunft des Unternehmens, sondern haben auch ein Wohl am Mitarbeiter selbst. Die sehen den Menschen, dass auch der eine Zukunft hat. Und deswegen ist das ein Unterschied. Und Sie können ja nach Frankreich schauen, um dieses Beispiel zu nehmen. Dort gibt es nur noch die Großen. Die Großindustrie konzentriert auf Paris. Der Mittelstand bricht weg. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Familienunternehmen noch haben in Deutschland. Und Sie dürfen die nicht unter Generalverdacht stellen. Aber jetzt gehen wir mal auf einen konkreten Punkt ein. Stichwort Bürokratie und Dokumentationspflichten. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel bringen. Ich finde das ganz interessant. Nehmen Sie nur mal das Beispiel Praktikum. Es gibt eine aktuelle Umfrage des IFO-Institutes. Und dort heißt es, vor Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 haben noch 70 Prozent der Unternehmen angegeben, sie böten freiwillige Praktikumsplätze an. Heute nur noch 34 Prozent. Und jetzt wird es interessant. Ähnlich sieht die Entwicklung bei den Pflichtpraktika aus, die von Schulen oder Hochschulen im Rahmen der Ausbildung vorgesehen sind. Klammer auf, die sind nicht mindestlohnpflichtig. Hier sank der Anteil von 62 auf 34 Prozent. Und als Gründe gaben sie an, Unsicherheit, Dokumentationspflichten und so weiter. Die Unsicherheit müssen wir den Firmen nehmen. Sie können diese Praktikantenplätze zur Verfügung stellen. Aber dieses Beispiel zeigt, dass diese Bürokratie dafür sorgt, dass wir nicht die Generation Praktikum abschaffen, was wir alle wollen, sondern das Praktikum selbst in vielen Bereichen. Und deswegen brauchen wir Planungssicherheit und Bürokratie abbauen, sollten auch diese Bedenken ernst nehmen. Herr Lindemann, erlauben Sie eine... Ich habe den letzten Satz, dann bin ich fertig. Dann kann er sich gerne melden. Nein, nein, aber ich will nur eines sagen. Die einzige Zwischenfrage in dieser Debatte, erlauben Sie die einzige Zwischenfrage von Klaus Ernst in dieser Debatte. Ja, jetzt muss ich es ja machen. Nein, ich will erklären, warum. Weil wir haben so eine lange Tagesordnung, heute noch. Wir haben die Fraktionssitzung. Und im Moment sind wir schon bei 17 Uhr angekommen. So, eine lasse ich zu. Und das war's dann. Danke, dass Sie die Frage zulassen oder die Bemerkung, Herr Lindemann. Sie haben ja nun gesagt, Sie könnten nicht in meinen Kopf schauen. Dann gab es die Bemerkung, Gott sei Dank. Ich weiß jetzt nicht, was in Ihrem Kopf vorgeht, dass Sie auf die Anträge, die wir stellen, bis jetzt noch in keinem Satz eingegangen sind. Es geht ja um ganz konkrete Dinge, nämlich um die Ausnahmeregelungen und nicht allgemein um den Mittelstand. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, ob Sie dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung widersprechen, die ja zu dem Ergebnis gekommen sind, die Ausnahmeregelungen bei den Landzeitarbeitslosen sind. Das wäre schön, wenn wir dazu noch was hören würden. Dann haben Sie gesagt, was wir für ein Unternehmerbild haben. Also wissen Sie, Herr Lindemann, aus Ihrer Fraktion kommen immer Positionen, wenn es um die Kontrolle der Schwarzarbeit geht, dann wird da übelst gegen die Kontrolleure polemisiert. Ich kann mich erinnern, dass hier gesagt wurde von Herrn Fuchs, da kommen also die bewaffneten Zöllnertruppen in die Betriebe und kontrollieren den Mindestlohn. Ja, wenn man so umgeht mit dem Mindestlohn, auch in der Öffentlichkeit so eine Debatte in der Weise führt, dann ist natürlich klar, dass Ihr Klientel dann auf die Idee kommt, warum wird das eigentlich kontrolliert, ist das Bürokratie. Wissen Sie, was Bürokratie ist in dem Zusammenhang? Die Ausnahmeregelungen, die sind Bürokratie. Wenn Sie die Ausführungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung lesen, dann kommen Sie zu der Erkenntnis, dass wenn wir die Ausnahmeregelungen abschaffen würden, hätten wir weniger Bürokratie. So, dann wäre ich einfach der Meinung, Sie sollten sich dazu mal verhalten oder dazu mal was sagen. Das wäre ein echter Abbau der Bürokratie, die Ausnahmeregelungen zu beenden. Also, Herr Ernst, das war eine Stellungnahme von Ihnen. Ja, das besiegt aber die Geschäftsordnung vor. Man kann fragen oder Stellungnahmen geben. Aber Sie können jetzt ja Stellungnahmen geben. Also, Herr Ernst, wir können uns gerne über alle Änderungen unterhalten. Aber dass Sie sich jetzt hier ein, zwei rausziehen, dann reden wir auch über das Thema Auftraggeberhaftung. Wir reden über das Thema Praktikanten und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann müssen Sie es auch konsequent machen. Was mich nur gestört hat, ist dieser Ton, diese rote Linie, dass Sie diesen Generalverdacht stellen. Sie müssen einfach wissen, das ist nicht gut für dieses Land, auch nicht für das Klima, weil es der Mittelstand ist in Deutschland. Es ist einfach so, der diesen Sozialstaat trägt und das von denen überhaupt erst möglich machen können. Herzlichen Dank. Sind Sie schon fertig? Gut. Mit sechs Minuten verschenkt. Gut. Dankeschön, Herr Dr. Lindemann. Die nächste Rednerin, Brigitte Poth.